Ja, ich kann auch ganz einfach hoch sprechen. Hallo, hier ist Frau Kim Limbo von Elster. Was will ich tun? Das ist nicht nötig, tut mir leid, das wird einfach falsch eingetragen, Entschuldigung. Aber ich spreche mit Herrn Kim Limbo von Elster, ja? Ja. Sehr schön. Folgendes, und zwar, nochmal Entschuldigung, da hatten Sie sich einmal registriert, Limbo von Elster und es war Domweg 42 im Blasheim. Das ist aber korrekt, oder? Domweg 40, das ist mein Alarm. Okay, also... Ich muss kurz ausschalten. Kein Thema. Ich bin gerade erst aufgestanden, Sie haben mich etwas geweckt. Ach nee, tut mir leid, das war nicht meine Intention. Ja, es wäre auch schlimm, wenn Sie einfach Leute anrufen mit der Intention, die aufzuwecken. Ja gut, das ist mein Job, Herr Limbo von Elster. Leute zu wecken? Ja, genau. Nein, Quatsch. Wegruf, professioneller Wegrufer beim Hotel. Genau, verbunden mit Sky. Aber Sky kennen Sie doch, oder? Äh, ja. Noch eine Frage, haben Sie Satellit oder Kabel, Herr Limbo von Elster? Was ist Satellit? Satellit, dann bekommen Sie von mir nämlich sogar noch sechs Monate HD Plus obendrauf geschenkt, ja? Und Sky Go ist auch noch mit inklusive und normalerweise kostet alles. Also das Filmpaket, das Cinema-Paket, was Sie bekommen, auch noch obendrauf. Das heißt, Sie haben da auch die ganzen Kinofilme mit parat, die jetzt gerade erst laufen. Und, ähm, all das kostet normalerweise mit Festplatte und so weiter aus HD. Nee, äh, nämlich 49 Euro. Wie schnell sind die Kinofilme denn da, wenn die im Kino laufen? Wie lange? Boah, also das sag ich mal, ich sag jetzt mal angenommen, James Bond jetzt als neuesten Film hat es mal angenommen, sag ich einfach mal, haben Sie dann, ich sag mal, sagen wir mal zwei Wochen. Was sind 24 Stunden? Zwei Wochen. Äh, das leider nicht, aber zwei Wochen ungefähr, also ganz geht's nicht und auf jeden Fall halt auch immer, äh, natürlich mindestens, äh, mindestens zwölf Monate vor Free-TV-Erscheinung, also sind immer mindestens ein Jahr voraus, was normal im Fernsehen läuft, ja, ist klar. Und, ähm, ja, das ist alles. Mein Sohn hat mir letztens was erzählt, dass es so ein neues Angebot gibt, dass man die Kinofilme relativ schnell nach rauskommen schauen kann, irgendwas mit Camps, aber ich hab das nicht verstanden. Wie hieß das? Was haben Sie gesagt? Camps, also Cameras, keine Ahnung, ist auch total scheiß Qualität. Ach so, scheiß Qualität, ja gut, okay, ja gut, da gibt es natürlich, ich sag mal, äh, entsprechende Seiten im Internet natürlich. Okay, was für welche? Ja, ja, äh, ja, das kann ich jetzt leider nicht sagen, ja, das wissen Sie ja, aber, äh, wenn Sie zum Beispiel mal, ja, ich sag jetzt mal nur, nicht so, dass ich draufgehen würde, aber Movie 4K zum Beispiel, ja, ist so ne Seite, wo man nicht draufgehen sollte, auf gar keinen Fall, ja. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall, ähm, sag ich mal, aber es ist halt wirklich auch entsprechende Qualität, ja, und das ist halt immer die Problematik. Ähm, und vor allem ist es natürlich auch nicht so ganz, ist halt eine Grautone, ja. Hier ist der neue James Bond, schon, Grau-Video. Ja, wie gesagt, es sind halt, sag ich mal, äh, die Qualitäten entsprechen und vor allem ist es halt auch eine Grautone, ja. Ja, also, von daher sollte man da, kann es passieren, dass man da möglicherweise zur Rechenschaft gezogen wird, ja, das ist halt auch immer so ein bisschen blöder Beigeschmack. Aber wie gesagt, ich wollte Ihnen jetzt halt normalerweise das ganze Paket, was es jetzt hier gibt, für 9,99 Euro nicht anbieten, ja. Und zwar, ähm, Sky haben Sie auf jeden Fall, sind Sie auf der rechtlichen Seite immer, auf jeden Fall auf der guten Seite und vor allem, sag ich mal, haben Sie halt auch immer eine entsprechende Qualität, ja. Also, das dauert, sag ich mal, bei den Seiten, sag ich mal, die es hier gibt, auch manchmal eine gewisse Zeit, bis Sie dann auch wirklich eine gute Qualität haben, ja. Und das haben Sie halt nicht den Nachteil. Und vor allem, auch praktisch, Sie haben Sky Go, das heißt, angenommen mit, Sie haben Sky, Sie haben Sky und Sie können es dann Ihren besten Freund, Ihren Vater oder sonst irgendwas über WLAN auch einfach zur Verfügung stellen. Der kann, wenn er bei sich zu Hause einen WLAN-Router hat, also DSL oder sowas, ganz normal einfach auf Skype kaufen. Also, so wie bei Netflix, das Sharing. So ähnlich, genau, nur halt mit bis zu vier Accounts. Ja, und der Schlicks hat bis zu fünf. Okay, ja, gut, sind wir insgesamt fünf. Also vier extra und ihrer sozusagen. Also wie bei Netflix. Also vier extra, ja, genau, also, sag ich mal, Mama, Papa, bester Freund und Freundin zum Beispiel und sie, das sind fünf dann, ja. Ja, ich glaube, meine Mutter braucht das nicht. Nur als Beispiel gesagt, wie gesagt. Genau. Kein Thema. Das ist jetzt nicht so lustig, aber okay. Wie bitte? Das ist jetzt nicht so lustig, dass meine Mutter tot ist, aber okay. Ach, das habe ich nicht gehört. Ach, das tut mir leid, das habe ich wirklich überhört. Sonst hätte ich das natürlich nicht gesagt. Das tut mir leid. Ähm, nein, das ist wirklich nicht mein Mutter. Joa, mit Kim Limburg verwandt zu sein, ist ziemlich gefährlich. Ist da auch ein Fernseher bei, weil ich habe letztens meinen losgeworden. Äh, Fernseher ist leider nicht dabei. Ich habe einen Monitor, der hat einen DVI-Anstoß. Na, dann geht das auch. Ähm, ich weiß ja nicht, wie groß ist der Monitor ungefähr, Herr Limburg von Etzer? Äh, also eine Seite ist 1440 Pixel. Okay, also, äh, was ist denn das an Zoll, sage ich mal? Zoll? Ich glaube, ich glaube, sieben. Okay, ja, also, äh, sag ich mal, ausreichend, um Fernseher zu gucken, auf jeden Fall, oder? Ja. Denke ich mal. Ja, also wie gesagt, also über Monitor, wenn Sie die entsprechenden Anschlüsse ja haben, wie schon gesagt, können Sie das natürlich alles anschließen, das ist kein Thema. Ähm, ja, wie gesagt, also an sich ist da, wäre da kein Thema, also kein Problem zu erkennen. Wie gesagt, wir können es aber auch so machen, weil ich kann das verstehen, wenn man das nicht direkt, sage ich mal, jetzt entscheiden will und kann. Äh, Sie können sich das alles gerne überlegen und ich könnte sie entweder heute im Laufe des Tages oder nächste Woche morgen, also Montag, oder... Nächste Woche morgen? Nächste Woche Montag. Rufen Sie mich nächste Woche morgen so gegen 12, 10 Uhr an. Gegen 12, 10 Uhr? Ja. Alles klar. Dann rufen Sie nächste Woche morgen gegen 12, 10 Uhr an, Herr Limburg von Etzer. Und, äh, bedanke mich für ihn. Was?